In diesem Video teste ich die zweite Protein-Donut-Sorte von Jim Buddies, diesmal in der Geschmacksrichtung Chocolate. Auch dieser Donut ist komplett ohne Glasur. Er ist wieder in der typischen Donutform, diesmal in einem dunklen Schokobraun. Die Konsistenz ist genau gleich wie beim Cake Butter, hat mehr was von einem Kuchen wie von einem Donut und duftet auch schon sehr gut nach Schokolade. Diese Sorte schmeckt definitiv besser als der Cake Butter. Es schmeckt sehr schokoladig wie ein Kuchen. Angenehm in der Konsistenz, nicht zu trocken und auch nicht zu süß. Er ist richtig saftig und ein Genuss. Mir hat dieser Donut sehr gut geschmeckt, obwohl die Bezeichnung Donut nicht wirklich passt, weil die Konsistenz nicht wie ein Donut ist. Aber der Geschmack ist wirklich sehr gut, daher kann ich diesen Donut wirklich sehr empfehlen.